An alle herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Wir freuen uns wirklich außerordentlich, muss ich fast sagen, dass wir alle wieder hier zusammen sind. Unser letztes Kick-Off ist über zweieinhalb Jahre her, wo wir zusammen gefeiert haben. Darum war für uns auch klar, heute ist der Fokus alleine auf feiern, auf sich austauschen und auch sich wieder kennenlernen. Manche haben sich schon länger nicht gesehen. Wir haben über 100 Leute hier, die noch nie ein Fett bei uns gefeiert haben. Also, lasst uns das Glas erheben auf ein tolles erstes Halbjahr, aber auch auf ein Team GOB, dass wir einen schönen Abend haben. Zum Wohl! Ich finde es schön, dass wir hier alle, wirklich alle zusammengekommen sind, dass die GOB uns das überhaupt ermöglicht hier auf so einem Partyschiff. Finde ich richtig cool. Ich glaube, man kann nichts Besseres machen bei 35 Grad Außentemperatur. Echt eine coole Location hier auf dem Rhein, mit dem Sonnenuntergang, haben super Glück gehabt beim Wetter. Super entspannt, echt cool, tolle Atmosphäre und ich glaube, das wird noch eine wilde Nacht. Ich glaube, das wird noch eine wilde Nacht. aste Ich glaube, das wird noch eine mooier Nacht. Ich proprio bin jetzt auf einem Allgemeinen, auf einem Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020